Wie du Leads als Freelancer generierst, verrate ich dir in dem heutigen Video. Das ist ein Ausschnitt eines Experten-Calls für unsere Kunden und das Spannende, weil eine Lead-Generierung ist, sobald eine Methodik demokratisiert ist und sie viele Leute nutzen, funktioniert sie immer weniger gut. Und in diesem Video erkläre ich Dinge, die gerade neu sind und die noch sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, wenn du selbstständiger bist und für dich ist Neukundengeschäft gerade dein Engpass und du brauchst neue Leads, schau dir unbedingt diesen Experten-Call an. Viel Spaß damit. Lasst uns einfach mal starten. Ich fange mal, ich hole mal ein bisschen aus, was Lead-Gen angeht, damit wir alle on the same page sind. Wie funktioniert Kundengewinnung und wie funktioniert Lead-Generierung? Es ist auf jeden Fall davon abhängig, also wenn ich jetzt hier Lead, ich mache mal hier Lead-Gen habe, habe ich hier mein Angebot und hier meine Zielgruppe, meine Positionierung, sage ich mal. Also ich fange bei der Zielgruppe Positionierung an, schaue, welches Angebot ich dieser Zielgruppe, dieser Positionierung anbiete und gehe damit Lead-Gen voran. Und das ist die Hierarchie dafür. Das heißt, egal wie sophisticated deine Lead-Gen-Methoden sind, sie werden einfach weniger Durchschlagkraft haben, wenn du ein langweiliges Angebot hast, ein nicht konkurrenzfähiges Angebot hast, wenn du shitty Websites für 10.000 Euro anbietest und jeder bietet schönere Websites als du an für 2.000 Euro. Also, ja, dann triffst du vielleicht mal einen Glücksgriff, aber dann wird Lead-Generierung grundsätzlich schwer. Das heißt, diese Methoden, die ich jetzt erkläre, ich gehe davon aus, dass ein sexy Angebot besteht. Und da können wir auch vielleicht nochmal einen Schwenker rübernehmen, was macht ein sexy Angebot? Da erkläre ich auch viel im zweiten Kapitel des Top-Francer-Programms, wie ihr ein sexy Angebot hinbekommt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich euer Angebot sexy macht. Und auch eine andere Sache, wenn ihr euren Zeithorizont kurz habt, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt und das ist in drei Monaten, dann wollt ihr immer, dass jeder Kunde, den ihr bekommt, ist euer Anspruch dann, dass der richtig Cash bringen muss, weil ihr sagt, boah, ich will hochpreisig verkaufen und obwohl ihr vielleicht ein neues Angebot up and running habt, wenn ihr das switcht und sagt, okay, die nächsten Kunden, die ich habe, bringen mich zu meiner Goalcard und ich habe so einen Zeithorizont und hier will ich richtig gut verdienen bei 10, 20 K im Monat sein, dann ist der nächste Kunde, muss der gar nicht für euch super viel Geld verdienen. Wenn ihr sagt, hey, ich probiere gerade mal ein neues Angebot aus, ich habe Ihnen jetzt ein Offer gemacht, was ich diesem Kunden hier und diesem Kunden hier wahrscheinlich nicht mehr machen werde, aber um das Ganze up and running zu bringen, Beispiel, mir hat jemand über E-Mail geoutbound und meinte, wir haben so ein Design-Flatrate und die machen echt schöne Sachen und das kostet 2K im Monat, was finde ich vollkommen fair ist und wir hätten dich total gerne als Kunden, wir hätten die Final Influencer total gerne als Case, du kriegst den ersten Monat for free. So, super smart von denen. Was sie jetzt machen werden, wenn wir das machen sollten und die voll einen raushauen, dann werden die mich wahrscheinlich fragen, hey, wenn dir das gefällt, kannst du ein Testimonial machen, ich mache natürlich ein Testimonial und beim nächsten Kunden machen sie den Monat nicht for free. Und beim fünften Kunden nach mir kostet es vielleicht 3000 Euro. Das heißt, ich möchte, dass das Framing für euch so ist, dass ihr sagt, hey, der nächste Kunde und der übernächste Kunde, das ist für mich, die bauen mir meine, die bauen mir meine Marke auf, mit denen baue ich meine Case Studies auf und das heißt nicht, dass ihr euch hier unter Wert verkaufen sollt. Wenn ihr sagt, hey, Mario, du hast gerade gesagt, man soll nicht direkt, was meine ich damit? Mal angenommen, euer Angebot kostet 8000 Euro, das ist euer angepeilter Preis. Ich kommuniziere das dem Kunden für 8000 Euro und sage, aber lieber Kunde, kommt ihr mit einem Grund, weil ich dich gerne als Case haben möchte, wenn wir das so machen, dass ich danach, wenn du zufrieden bist mit der Dienstleistung, weil wir ein Testimonial-Video machen können und, 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 dann kann ich dir anbieten, dass ich dir 50% draufgebe und das habe ich bisher noch nie gemacht. So, und ich plane das für die Kunden ab Kunden 3, 4, 5 für den vollen Preis zu verkaufen. Warum? Jetzt hat er etwas, was den wahrgenommenen Mehrwert von 8000 Euro hat, was er für 4000 Euro gewinnt. Das heißt, diese Ware, Mehrwert und Preis ist noch krasser bei ihm und ich kann das damit aufbauen. Das heißt, so bringt ihr ein neues Angebot, so erleichtert ihr Lead-Generierung von für euer neues Angebot, bis euer Angebot so gut ist, dass ihr, und was ist ein Zeichen für ein gutes Angebot? Ihr seid konstant überbucht. Dann könnt ihr anfangen, da ein Hör zu gehen. Dann könnt ihr anfangen zu sagen, okay, zweiter Step wird jetzt eingeleitet, dritter Step wird jetzt eingeleitet. Irgendwann, ihr euch, seid ihr schon da und sagt, krass, jeder Kunde bringt mir plus 10K und auf drei Monate und ich habe irgendwie konstant fünf Kunden parallel oder sechs Kunden parallel. und das ist die beste Ausgangslage, um sich da weiterzuentwickeln. Jetzt mal zur Lead-Generierung an sich. Ich will euch gerne mal, wie funktioniert Lead-Generierung, welches Prinzip befindet sich dahinter? Wie funktioniert Lead-Generierung? Ihr habt eine Lead-Generierung, ihr habt eine Pyramide. Die Spitze der Pyramide sind tendenziell Interessenten oder Personen, die interessiert an dem nächsten Schritt sind. Also an einem Qualifizierungsgespräch, den nächsten Schritt mit euch einzugehen. Die Sache ist folgende. Je weiter oben die sind, desto wärmer sind sie. Was heißt, jemand ist warm? Ihr könnt, das ist die Marketing-Batterie, von der ich immer spreche. Hier ist die Batterie kalt, oben ist sie warm. Es gibt so einen Richtwert. Man sagt, jemand muss sich sieben Stunden mit einer Person und mit dem Angebot einer Person auseinandergesetzt haben, bis die Batterie richtig warm ist. Ich schreibe das ungern runter, weil die Leute dann fangen minutengenau an zu zählen nach diesen sieben Stunden. Das variiert natürlich. Wenn ich mir ein Sandwich kaufe, muss ich nicht sieben Stunden warm geworden sein, vor allem bei der Marketing-Batterie. Das hat immer in Relation zu dem Invest. Aber bei hochpreisigen Dienstleistungen, erklärungsbedürftigen Dienstleistungen, sind sieben Stunden immer eine gute Benchmark. Das heißt, ab hier fangt ihr an, die Batterie aufzuladen. Das ist Leute, die anfangen zu wissen, dass sie überhaupt existiert. Und hier alles außerhalb des Perimeters ist ein riesiger Ozean von Leuten, die genau das brauchen oder mal in die Situation kommen, das zu benötigen, was ihr anbietet, aber euch gar nicht kennen. Und ich finde das unheimlich motivierend. Das heißt, hier unten kommen Leute rein, die anfangen, euch zu kennen. Und ihr seht, dieses Smiley, dieses Mannequin unten ist ein bisschen skeptisch. Warum? Wenn ihr jemanden kennenlernt, ist es erstmal so, was will die Person, bestellt sich als Experte oder Expertin da, kann die was, birgt sie Gefahren für mich. Das ist so typische Response von uns. Wie holt ihr Leute da rein? Jedes Mal, wenn ihr Content macht, holt ihr neue Leute in eurer Pyramide. Der eine Like von einer Person, die ihr noch nicht kennt und noch in viel, viel größeren Ozean darunter von stillen Beobachtern. Die wissen auch, dass er dann existiert. Über Paid Ads, holt ihr neue Leute rein, die wissen, dass sie existiert. Und über Outbound, wenn ihr jemanden anschreibt, den ihr hinzugefügt habt. Das heißt, ihr seid proaktiv auf diese Person zugekommen, holt ihr Leute rein. Die wissen, dass sie existiert. Das heißt, Freundschaftsanfrage geschickt, die sehen zuerst bei eure Inhalte und erster Austausch in Messenger, DMs, E-Mail oder Telefon. So. Und dann geht es los mit dem Aufwärmen. Wie wärme ich auf? In dem die Leute euch, mit Aufwärmen meine ich, die Leute sehen euch als Autorität in eurem Fachgebiet und wissen, ihr versteht was von der Sache. Das heißt, wann merken wir, dass das in die richtige Richtung geht? Sie interagieren mit eurem Content. Es wird kommentiert, es wird vielleicht mit einem Smile reagiert oder es wird geliked. Und genau in dieser Prio ist das, was am wertvollsten ist, ist ein Kommentar. Je länger der Kommentar, desto besser in der Regel die Lead-Qualität. Wenn es ums Thema geht, wenn jemand wirklich sehr engaged zeigt. Sie haben Spaß daran, mit euch zu schreiben. Das heißt, grundsätzlich die Stimmung in den DMs ist gut und ihr spielt bequem Ping-Pong hin und her und schreibt euch Nachrichten hin und her. Und nicht dieses, was willst du von mir, du willst mir was verkaufen. Und das ist so ein bisschen diese Abwehrhaltung in den DMs. Und ihr seht, wenn ihr jetzt zum Beispiel unsere Instagram-Stories nutzt, sind das immer Leute, die ganz oben in eurer Story sind. Das sind immer die Leute, die eure Story schauen. Das heißt, ihr wärmt diese Person jetzt gerade auf, über euer Marketing, über euren Content. Und dann oben, und oben sind immer so die Top 1 bis 3%. Um die dann zu pflücken. Hier unten seht ihr, oben pflückt ihr. Ihr geht aber top down. Ich habe eben von bottom up erklärt, ihr geht aber top down. Warum? Ich will die Opportunitäten, die am wärmsten sind, weil sie wieder abkühlen könnten oder komplett wegfallen könnten. Wann fällt eine Opportunität weg, wenn sie bei einer anderen Person gekauft hat? Wenn sie ihren Schmerz schon selbst gelöst hat? Hier oben ist die Person, sie ist nur bereit beim nächsten Schritt, weil der Schmerz gerade da ist. Und die Person möchte oder bereit ist, sich das anzuhören, worüber ihr über die ganze Zeit gesprochen habt. Wie fangt ihr an, hier zu sehen? Da gehe ich gleich nochmal, zeige ich nochmal was anderes dazu. Aber die Reihenfolge zu sehen ist immer erstmal auf einer 1 zu 1 Ebene. Das erkläre ich ganz viel im Top-Rence-Programm. Warum auf einer 1 zu 1 Ebene? Das heißt, in den DMs, über einen Two-Step-Post, kommentiere so und so und dann schicke ich ihr was zu. Oder wenn Leute euch proaktiv fragen, hey, wie sieht das aus? Hey, kannst du mir da und dabei helfen? Das ist aber immer auf einer 1 zu 1 Ebene. Warum ist es wichtig, gerade am Anfang das auf einer 1 zu 1 Ebene zu haben? Weil ihr spezifisches Feedback darüber wahrnehmen könnt, welcher Content besonders gut funktioniert, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefällt. Das heißt, ich spreche ja auch immer über Validierung. Hier validiert ihr auch direkt. So, das heißt, ihr fangt oben an, über 1 zu 1 diese Leute in den Call zu holen und dann fängt der Sales-Prozess an. Alles hier ist Leads und alles da drüben, ein rechts, ist der Sales-Prozess. Soweit? Klar, wenn ihr Fragen habt on the go, dazu könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Ansonsten, wenn ihr spezifische Fragen zu eurem Case habt, schaffen wir bestimmt noch eine kleine Q&A im Anschlussessen. Aber das ist das hier oben. Dann hier unten, ihr zieht eigentlich die Leute mit Content groß. Dann hier unten kommentieren, reagieren, auf sie eingehen. Und das ist eigentlich der Prozess, den ihr immer macht. Ganz, ganz wichtig ist es, es gibt kein Top ohne Bottom. 1 bis 3 Prozent von 10 ist nicht mal ein Lead. Das heißt, achtet drauf, dass ihr immer eure Hausaufgaben macht. Und das Best-Case-Szenario ist eigentlich, dass ihr irgendwann weniger seht, also weniger pflückt und trotzdem mit dem Marketing weitermacht. Das heißt, ihr baut so viel Goodwill auf und die Leute sehen euch aus der Autorität und ihr gebt die ganze Zeit Mehrwert, obwohl ihr ausgebucht seid. Und dann könnt ihr sagen, ey, ich habe wieder einen Slot frei und die Leute reißen sich rum. Und das ist die Position, in der man sein möchte idealerweise. Weil das ist eine Position, in der ihr eure Preise anheben könnt und in der ihr euch die Kunden aussuchen dürft. Daniel fragt, gilt das schon für den Pitch zum Quali-Call mit dem Abwarten und Aufwärmen, bis der Lead ganz oben ist? Ja, ja, genau. Das meine ich. Also ich meine damit den Pitch zum Quali-Call und nicht den Pitch zum Will-zu-Kaufen bei mir. Weil hier, wenn er schon aufgewärmt ist, kommt der Quali-Call und dann könnt ihr ihn eher in euer Hauptaufgaben. Welche Tricks gibt es noch, die hier hochzubringen? Es gibt noch einen Move, dass ihr ein sexy Freebie macht. Wenn ihr wirklich sagt, hey, ich habe jetzt schon Erfahrung und ich weiß, was der gängigste Pain-Punkt meiner Kunden ist und ihr löst ein Teilproblem dieses Pain-Punks. Bei mir sind das die 14 Positionierungsvorlagen. Vielleicht kennen die einige von euch, bevor sie Kunde geworden sind. Was habe ich gemacht damit, mit den 14 Positionierungsvorlagen? Ich habe damit das hier beschleunigt, das Aufladen. Das heißt, ihr könnt auch ein richtig cooles Freebie haben, der muss Mehrwert schiften, dann müsst ihr die Hose runterlassen. Macht da kein fluffy Marketing, blablabla, sondern wirklich, lasst die Hose runter, zeigt Expertise. So könnt ihr diese Batterie, das ist so wie bei einem E-Auto, es gibt diese Supercharger, das ist wie so ein Supercharger, wenn ihr einen richtig geilen Mehrwert habt. Daran könnt ihr auch denken für euer Freebie. Das einmal dazu. Der erste Schritt für Lead-Generieren, das ist jetzt das Pyramiden-Prinzip. So ist das grundsätzliche Prinzip. Da sind alle Cases abgedeckt, weil hier habe ich Paid mit drin, Outbound mit drin, Content mit drin. Die hole ich rein in meinen Kosmos und wenn ich in meinem Kosmos Mehrwert gestiftet habe, sie mich als Autorität sehen und der Need natürlich bei ihm besteht und der Need besteht, indem ich mein Content dafür mache, dass ich nur diese Zielgruppe anziehe, dann kann ich sie durch diese Pyramide bringen. So, das ist einmal das Beispiel. Und jetzt gehen wir mal dazu, erste Leads zu generieren. Hier seht ihr mal, so, erste, ups, seht ihr meinen, seht ihr gerade meinen Docs? Ja, okay, perfekt, super. Das erste Ziel ist es, bei Lead-Generierung, eine replizierbare Methode zum Laufen zu bekommen. Und das habe ich auch damals falsch gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen zu Outbounden, dann habe ich so ein bisschen versucht, über Newsletters zu machen, dann habe ich ein bisschen versucht, über E-Mails das zu machen. Das heißt, bei mir lief keine Methode und ich habe alle Methoden probiert. So, es geht darum, eine Methode zum Laufen zu bekommen. Eine Methode. Und ich habe gerade bei Leuten gehört, dass sie es über LinkedIn machen. Wenn eine Methode läuft, ist euer Framework mehr, besser und dann neu erst. Das heißt, das hat Homosi in seinem neuen Inhalt super Video gegeben, wo er immer sagt, more, better, new. Das heißt, könnt ihr mehr davon machen? Wenn ihr jetzt sagt, ich erreiche über meine LinkedIn-Aktivitäten 10 Leads im Monat. Dann einfach reverse-engineeren. Wie viele Posts machst du auf LinkedIn? Wie viele Kommentare schreibst du? Wie viel Zeit nimmst du dir für Engagement? Nimm das mal zwei und du kannst ziemlich davon ausgehen, dass du 20 hast. Vielleicht 18, weil du immer ein bisschen Reibungsverluste hast, je mehr du davon machst. Aber bei dieser Größenordnung sollte es auch keine Reibungsverluste geben, weil die Zielgruppe groß genug ist. Also könnt ihr mehr davon machen. Immer die Frage stellen. Wenn ihr eine erprobte Methode habt, könnt ihr mehr davon machen? Ja oder nein? Könnt ihr es besser machen? Wie kann ich meinen Two-Step-Post noch sexier machen? Wie kann ich meinen Freebie sexy machen? Wie kann ich Posts machen, die mehr Engagement fördern? Was machen andere Leute? Oder was ist der gemeinsame Nenner bei Posts, die über 100, 200 Kommentare haben? So. Wenn ihr das durchgespielt habt und ehe ihr das auf einer Plattform durchspielt, macht ihr 20, 30, 40.000 im Monat. Du kannst mit einer Plattform, wenn du es gut durchspielst, kannst du sogar auch eine Million machen. Aber also nicht im Monat, sondern im Jahr. Aber in der Regel hat man dann einen anderen Engpass und das ist der Delivery-Engpass. Deswegen switcht man dann die Teller, an denen man arbeitet. Aber das einfach nur als Info für euch, für uns als Selbstständige, weil ich weiß, wie sexy das neue Shiny-Object ist immer in unseren Augen. Es ist immer cool, was anderes auszuprobieren. Aber so, alle sagen dann, ja, ich will Ads zum Laufen bringen. Mich nervt mein Paid-Ads-Team die ganze Zeit. Die brauchen neue Ads, die brauchen einen neuen Funnel und und und. Das Ding will auch gewartet werden. Das heißt, alles hat seine Pros und Cons. Fokussiert euch darauf, eine Sache zu meistern. Und die beste Sache für euch am Anfang ist es, Outbound zu machen und Outbound mit Content zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr Outbound macht und jemand euch nicht kennt, ist das kalter Outbound. Und bei kaltem Outbound ist die Quote extrem gering und das ist sehr frustrierend. Deswegen würde ich das immer kombinieren mit Content. Indem ihr warmen Outbound macht. Indem ihr eure Pyramide größer macht unten. Kennt euch mehr Leute. Sobald euch jemand kennt und ihr die Person auch anschreibt, das ist nicht mehr kalt, sondern warm. Weil die Person weiß, dass ihr existiert. So. Und dann könnt ihr anfangen, wenn ihr sagt, ey, das habe ich voll ausgereizt, da geht nichts mehr. Was, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ey, da habe ich es voll ausgereizt, da geht nichts mehr. Und ich habe gesagt, aber okay, jetzt geht es, eine neue Methode anzufangen. Dann würde ich erst eine neue Sache anfangen. Weil, wenn ich, du bist schon mit der Leiter an einem Baum oben und du hast 10, 15 Prozent der Früchte gepflückt, warum willst du einen neuen Baum suchen, eine neue Leiter wieder aufstellen? Das ist viel mehr Aufwand. Deswegen das lieber rocken. Genau. Dann, um Traction zu bekommen, wenn Kunden, wenn ihr keine Kunden mehr, weil wenn ihr das gut macht, einige sagen, ihr blickt am Laufen, wenn ihr das gut macht, macht bitte einen Fehler nicht. Aufhören mit Content und aufhören mit eurem Marketing. Das heißt, wenn Kunden voll sind, nur noch Content. nur noch Content ist one to many. Das heißt, ihr Content kommuniziert mit vielen Leuten. Ihr postet einmal Content, das kommuniziert mit vielen Leuten. Das heißt, so könnt ihr eure Pyramide aufladen und sorgt dafür, dass ihr idealerweise oben mehr zum Pflücken habt, als euer Korb groß ist. Sorry für meine Bauernanalogie die ganze Zeit, aber so, dass euer Korb eigentlich schon voll mit Äpfeln ist und trotzdem sind da noch geile, frische, reife Äpfel. Und ihr sagt, kann ich gerade nicht Pflücken. So. Und dann könnt ihr immer und mit Sales und Fulfillment kontinuieren, dann, das hilft euch immer einen weiter nach rechts zu rücken. Und das war das Diagramm, was ich gerade gezeigt habe. Was nach rechts rücken? Preise erhöhen. Was nach rechts rücken? Keinen Kunden mehr nehmen, der vielleicht 10 oder 20 Prozent aus eurer perfekten Expertise heraus sticht. So. Und das schafft ihr halt nur, wenn ihr das hier oben meistert und das meistert ihr halt, wenn euer Angebot dann auch sexy ist und die Methoden gut sind. ein Action-Item, was ich da empfehle, wenn jemand sagt, ich will das instantly machen, ist einmal alle ehemaligen Kundenlisten, alle Leute, mit denen ihr jemals was in der Vergangenheit hattet, unabhängig, ob sie, ob ihr für die was anderes gemacht habt, als ihr jetzt anbietet. Wenn sie in Frage kommt für das Neue, was ihr anbietet. Das heißt, ich hatte damals Kunden, für die ich, keine Ahnung, Postkarten gemacht habe, aber trotzdem kam Conversion-Optimierung auch in Frage für sie, weil sie einen Online-Shop hatten. Dann würde ich die in die Liste nehmen. Das heißt, ihr macht eine Liste mit allen ehemaligen Kunden, allen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Wo arbeiten die jetzt? Da, wo sie arbeiten, wird vielleicht eine Dienstleistung gebraucht und warum mache ich das hier mit ehemaligen? Es gibt noch einen weiteren Cheatcode, die Batterie schnell aufzuladen. Leute, die euch persönlich kennen, mit denen ihr bereits gearbeitet habt, wo Geld und eine Transaktion geflossen ist, das lädt die Batterie auf, weil jemand weiß, er hat Geld gegeben und er hat das geliefert bekommen, was ihm versprochen wurde und jemandem etwas zu verkaufen, dem ihr schon mal was verkauft habt, ist sieben bis zwanzig Mal einfacher. Deswegen haben wir bei unserer Angebotsleiter am Anfang idealerweise ein geiles Gratis-Offer und das ist das Freebie, wovon ich hier spreche in der Pyramide oder aber ein cooles Furs-in-Tür-Angebot, was eine geringere Hemmschwelle hat. Dann alle Kontakte, wenn ihr jetzt auf LinkedIn geht, ich weiß, das ist ein Task, aber über alle Kontakte gehen und die mal alle vielleicht filtern, wenn ich weiß nicht, ob man dafür Sales Navigator braucht und die gefilterten Kontakte in eine Liste schreiben und sagen, okay, das sind meine Kontakte, die ich mir wirklich jetzt vornehme oder auf der Plattform, auf der du bist, die Kontakte machen und denen eine Nachricht schreiben. So, das war der Expertencall. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie ihr mitbekommen habt, sage ich in dem Video auch, das ist super wichtig, ich einen sexy Offer zu haben. Wenn du sagst, wie fang ich mit einem sexy Offer an, kannst du gerne auf unserem Kanal nach Positionierungsvideo schauen und Angebotsidus, da habe ich auf jeden Fall auch Inhalte dazu. Wenn dir das gefallen hat, schreib es in die Kommentare, lass ein Like da, abonniere uns über die Hälfte unserer Watcher, sogar noch mehr, glaube ich, sind nicht Abonnenten, das heißt, wenn du hier regelmäßig drauf bist und du siehst, du hast noch nicht abonniert, abonniere uns, schalte die Glocke an, damit du das nächste Mal mitbekommst, wenn wir wieder ein Video live haben. Danke fürs Einschalten, bis dann, Peace out.